Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zu einem neuen Angezockt oder vielleicht sogar ein kleines Let's Play. Kommt drauf an, wie lange das Spiel geht. Es ist eine Demo und zwar spielen wir heute Monster Domain. Ich habe das Spiel auf der Wishlist gehabt und habe zufällig gesehen, ey, es ist eine Demo. Und das Coole ist auch, vorhin im Anfangsscreen wurde mir angezeigt, dass sie auch Ork Warschief produzieren. Das hatte ich nämlich sogar auch auf der Wishlist. Das sieht ziemlich cool aus dem Spiel und im Spiel spielt man anscheinend die böse Seite, ne? Und man baut sich halt eine Armee auf, rüstet sie aus, solche Skelette und sowas, ne? Und muss dann halt gegen Helden bestehen und deren Sachen kann man auch lupen und so, bevor ich groß viel rumlabere. Das Spiel fangen wir einfach direkt an, ja? New Game. Ich habe ein bisschen Audio rumgespielt. Ich hoffe, der Sound ist okay, Leute. Sagt, wenn die Im-Game-Musik zu laut ist oder so und wir testen jetzt einfach rein, ne? Ich habe keinen Plan. Sagt, wenn die Im-Game-Musik zu laut ist. Sagt, wenn die Im-Game-Musik zu laut ist. Und dann, wenn die Im-Game-Musik zu laut ist. Und dann, wenn die Im-Game-Musik zu laut ist. Hier bin ich, meine Servanten. Ein bisschen näher. Ja, nicht traurig. Bedeutung. Nein, nicht traurig. Nein! Ha 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 ha! Frei! At last! Und jetzt! Es ist Zeit, wenn die Im-Game-Musik zu verraten. Und jetzt ist es Zeit, wenn die Im-Game-Musik zu verraten. Okay, werden die meine ersten Diener? Wahrscheinlich. Oh yeah! Okay. Also so, das Story. Ich frage mich auch, da stand jetzt hier, ob es vielleicht Koop irgendwann gibt. Miteinander spielen. Alter! Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir direkt auch Gegner bekommen, die auf uns zulaufen werden. Ich weiß, ob wir irgendwas direkt loopen können. Ich habe jetzt zwar Fäuste, aber wenn ich die Maus klicke, schlagen tut jetzt nicht, ja? Sprinten und so geht anscheinend auch nicht. Erstmal die Gegend abchecken, Leute. Ich weiß, das steht, ich muss verlassen, aber... Ah, okay. Wir kriegen anscheinend ein richtiges Tutorial. Ich dachte, alles auf eigener Faust. Und ihr müsst überlegen, das ist eine Demo, Leute, ne? Eine Demo? Ich finde, das sieht schon nett aus. Und wir haben die erste Kiste. Okay. Also, Ausrüsten kann man kriegen. Und dann können wir uns ausrüsten. Das Ding ist, wir sehen ja jetzt wie ein Mensch aus. Verändern wir uns auch irgendwann? Inventory ist E. Okay. Äh... Ja. Ist ja eigentlich simpel, ne? Take, take all. Zack. Wir sind Pause-Menü, wenn wir jetzt hier drin sind. Können wir angegriffen werden? Ich weiß nicht. Ausrüsten auf rechts. Warte mal. Welches besser? Warte mal, 22 und 15. Okay. Den wir anhaben. Der ist anscheinend sogar besser. Der macht weniger Schaden. Warte mal. 7. Oh, wie gemacht der hier? 107? Ah, 107 weniger Schaden, aber dafür schneller und die Fans. Nö, ich will gerne das Schwert behalten. Craft Items. Aha, wir können anscheinend auch gecraftete Items besitzen. Also herstellen. Und Quest Items. Und wie ich es verstanden habe, können wir sogar auch einen Basisbau, äh... Also eine Base bauen. Crafting. Okay, man kann so einen Helm und sowas herstellen. Also Rüstung. Waffen. Abilities. Wir haben... Wir kriegen sogar Fähigkeiten. Wir kriegen sogar Karamellen-Nusten-Gott-Crunche-Fähigkeiten. Aber wir haben ja noch vier Platz. Bis wir uns dann echt auf eine festsitzen. Das wird wahrscheinlich eh die heftigste an sein, ne? Map haben wir... Okay, da kann ich nicht draufdrücken auf die Map gerade. Vielleicht später. Wir gehen jetzt erst mal raus. So. Okay, richtig blocken und schlagen. Okay. Alles klar. Das hab ich mir schon gedacht. Kristalle. Mhm. Okay. Wahrscheinlich dann zum Skillen, ne? Warte mal. Schlägt er dann auch? Okay, äh... Was? Social-Skämik-Korlekter. Uh-huh. Aha. Aha. Also... China upgraden und es aus dem Tod zu bringen, anscheinend. Aber echt? Wenn man dies das nicht... Nö. Die kriegen wir wahrscheinlich mit einem Level. Warte mal. Warum ist die Kisse jetzt zu? Warte mal, wenn ich es hier gedrückt halte. Ich dachte, gerade hat der Rutschlag noch dazu gemacht, oder? Naja, wir gehen mal in die Welt rein. Raus. Nicht rein. Ich dachte, die kann man vielleicht looben. Okay. Mhm. Alles klar. Das heißt, wir können ihn zurückbringen und upgraden halt, ne? Wo ist denn der Erste? Auf 1. Ich habe aber noch nichts hier drin. Okay, wir haben hier anscheinend echt unsere Ruhe fürs Tutorial. Warte mal, was haben wir denn hier Schönes? Einfach mal alles nehmen. Liegt hier noch was rum? Könnte hier noch was rumliegen? Ich denke aber nicht. Aha, doch. Auch wieder ein Schwert. Ich denke, wir können die auch ausrüsten dann, oder? Wir sollen den anscheinend zurückbringen. Warte mal. Ja, mit deinem Kram. Okay, 2 funktioniert gerade irgendwie nicht. Was soll ich jetzt tun? Warum wird mir hier auch angezeigt, dass ich hier auch was tun soll? Ach, okay. Okay, das hat jetzt gerade irgendwie... Okay. So, was können wir denn machen? Anglisch ist not the best. Hier gibt es von der Ecke, Leute, ihr wisst Bescheid. Aber ich verstehe schon eigentlich alles. Ich muss nur einmal in Ruhe lesen. Ähm... 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 Aha. Also es kann schon auch Auswirkungen haben, wie wir die anscheinend sortieren. Ich muss hier runtergucken. Hä? Okay. Ich dachte, ich kann die hier... Ah? Ich dachte, ich kann die irgendwie befähigen. Ach, okay. Ja, jetzt ist die Frage halt, ne? Ach so, ich kann nur einen mitnehmen? Äh, das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Das muss ich gestehen, das habe ich nicht verstanden. Und wo ist der dritte? Haben wir die nur absorbiert? Ah, ihr verteidigt die hier dann? Ich begreife es nicht, Leute. Irgendwas habe ich nicht ganz verstanden. Also, wir können unsere Diener anscheinend auch ausrüsten. Schauen wir doch mal. Ich bin nicht ganz verstanden. Ich bin nicht ganz verstanden. Okay. richtig gute schwert also ich kann den grad nichts besseres bieten kann meinen jungs grad nichts besseres bieten weiß nicht was da hinten ist gehen erst mal hierhin haben wir so einen netten kristall okay es gibt anscheinend auch so komische fischer ok spacebar dann können wir anscheinend noch aus parieren ach direkt action okay lasst meine dino ronis manche eigentlich auch verletzen weiß es gar nicht so wurde nun fallen gelassen aber es funktioniert alles flüssig leute das muss ich schon sagen es funktioniert alles ohne problem ist aber was haben wir schönes her mit der power regenerieren die auch leben nach der zeit oder sind ihren irgendwann finito wo ist der ding ich gerade erledigt habe hat der nix fallen gelassen ich wollte schon sagen schau mal ui 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 chike jacke auf jeden fall besser als meine daher lebt ach ich muss ja levels 2 sein ok was das ist aber definitiv besser auch wenn es wenn die arzt bisschen klein ist so gucken wir mal was es hier noch so gibt aber anscheinend gibt es hier nichts 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 an der heiligen statu wir auch nichts machen nein okay wir haben glaube ich alles gelootet ne warte mal habt ihr regeneriert leben wenn wir stehen 82 prozent nein haben sie nicht hier hinten gibt es auch noch krank wir gehen erst mal hier hoch leute jungs ein re alter boss warum so aggressiv warum ist diese musik hier so ein epic level 7 level 2 warte mal geben wir das doch unseren jungs ist wo sie eigentlich das level von denen kann er das haben ist eins scheint zu billig ja aber doch ein level 5 ding an und kann keine level 2 aber vertragen warte mal wenigstens die brust doch level ich bin leicht verwirrt leute das hier hinten okay da kann man nicht durch also wenn das noch online ist man dann schöne base bauen kann und so ich bin gespannt leute erfahrung wir brauchen anscheinend noch einiges aha okay das heilt uns aber alter wieder schnauft aber die werden anscheinend nicht geheilt was haben wir hier magic kurs schnell reise und speichern alles klar wir können noch nichts auswählen dass wir jetzt nur gespeichert aber müssen wir irgendwann wieder zurück wird es hier irgendwas bestimmtes geben ok rein leute ach ich kann die auch die schicken da ich verstehe aber ich lasse einfach mal kämpfen ach ist ja noch einer alter für den bein abgeschlagen so wo es euer lud schein immer was fallen zu lassen wo ist der lud der anderen also man muss hier echt aufpassen das bein kommt noch ordentlich was raus wo ist das andere zeug muss ja eigentlich noch ein beutel sein will den blut soll das ich will den verdammten blut warte mal ein test bro 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 bleiben stehen der schaden ich glaube nicht ich glaube die kriegen keinen schaden das ding ist muss da hinten lang oder wo ist denn jetzt die map eigentlich nicht hier gibt es so viele wege die heilung brauche ich eigentlich nicht ach so ne die gehe ich vielleicht erstmal nicht durch ich gehe echt erstmal dahin wo die mich haben wollen das ist alles kram den wir uns nicht ausrüsten können warte mal level 1 der macht natürlich viel mehr schaden aber kein schild wenn wir uns hin gönnen und text biet langsamer ne wir lassen das mal er will mich schon ziemlich viele sachen die wir jetzt noch nicht ausrüsten können bin gespannt wie lange es dauert ein level aufzusteigen das weiß ich nicht was optional hätte wieder lang gehen sollen oder müssen wir später später da lang gehen ich weiß es nicht das weiß ich will nicht Das ist mein Gino-Rohnies. alles klar und geeinigt fast erledigt ich glaube wir sollten jetzt auch mehr diener beschweren können oder wir sollen erst mal den kram hier ein erst mal her damit sie werden auf irgendein level oder so glaube nicht mehr wo sehe ich wie viel ich eigentlich direkt auf den wolf wie viele diener kann ich haben hier oder mehr ich will den bogenschützer nehmen sollen das ding ist der ist leider bald hinüber keine ahnung leute was ansatz so heftig ist er ich habe nur ein diener wo ist der bogenschützer warum verschwindet das ist nicht gut er hat einfach alle auseinander genommen kleine süße wolf hat alle auseinander genommen was gibt es hier nix was soll ich jetzt mit dir anfangen vor allem wie kann ich dich upgraden wie muss ich jedoch upgraden können er kann noch sachen für mich tragen aber jetzt habe ich nur noch den schwachen dude im team das ist nicht gut das ist ganz und gar nicht gut ich habe einfach alle am wolf verloren ich war an der truppe gerade einfach nur am wolf verloren warte mal wir haben jetzt auch hände ne auch level drei eine große schon mal wir sortieren einfach mal naja okay sortiert nicht richtig abilities haben wir immer noch keinen punkt frei dann würde ich sagen können wir doch auch eine hose anziehen ne alter steht ihr bro wirklich steht ihr ich steht hier richtig gut ich doch vorhin sind einen weg gehen sollen das ist ein optionaler weg hä dungeon okay ohne minions dungeon client ja machen wir das mal gehen wir in unseren ersten dungeon wie sie hast du achi er starb oder sind hier irgendwelche fallen komm gehen wir den mal neun prozent leben ich weiß nicht ob ich dahin zurückkommen werde alter die wollen mich richtig zerspückel sehen ich weiß nicht warum so ein dungeon hier existiert mal was ist hier einfach rüber ich habe halt schon viele goldwaren und so warte mal ich einfach muss ich da rüberspringen anscheinend ja okay war hier auch was wenn ich so komm mach einmal bitte danke alter dieser sound ne von diesen dingern dann da bin ich jetzt leider reingelaufen Oh das ist all meine sachen weg warte mal ernsthaft nur weil ich in diese spieße reingelaufen bin muss das alles neu machen nur speicherpunkt aus na ja leute ich will doch sagen das war's mit der ersten folge ich werde noch mal bis zum dungeon gehen und dann alter von hat der haare neuer diener bis zum speicherpunkt behält man anständ alles schreibt mal in die kommentare wie ihr das spiel so findet ob ihr spiel auch schon getestet hat sonst würde ich sagen bis zum nächsten mal wieder